Willkommen meine lieben Freunde zu einer Runde Battlefield 4, ich bin's der TechBond und wir spielen heute bisschen auch nicht Ich hab die Compact 45 dabei, weil ich die Deagle Mainstreet finde und die ist OP Hoffentlich wird die irgendwann mal genervt Wir haben den Compact mit einem Schalter drauf Wieso nicht? Ich getrotzt Ich hab den Spitzpaket, mach mich Super, wir führen Jungs, wir sind an der Spitze und da sollten wir auch bleiben Boah was Hölle Wie ich niedergemacht wurde Aber wie es aussieht ist der Mainstream jetzt von der Deagle abgegangen Also auf jeden Fall auf diesem Server Sehe ich keine Deagle, also nicht so viele Deagle Wie ist mein Wahn Da hat ja jeder ein Deagle über was Ich muss auch zugeben, die Deagle ist eine recht schöne Waffe Ich habe ihn bekommen und kill zwei Wir haben und lider den grisly der böse 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 speedy benutzt die mp3 443 glaube ich mp443 ist das ding die gab es schon bei drei in drei fand ich sie ziemlich gut mit marka ich neige gerade zur deagle weil die gegner benutzen alle spraywaffen und ich bin der kompakt von 40 die eigentlich auch schon recht langsam schießt die kontert halt die deagle aber wir nehmen einfach mal die deagle ich hab die geschaltet weil ich jede pistole und ich wurde von 45 aufrufen aber diesmal ist das team das ist unglaublich das fucking amazing man wenn man die ganze hier sowas spielt das sieht kein mensch hier ist sie alle wow wow lucky aber nichts getroffen ich muss drauf gehen oh oh hier hat den ding dabei das ist sehr schön so laut unter die schalldämpfer 10-3 und so und scheiß das ding muss man nerven die schießt viel zu schnell für eine 44er die schießt wirklich zu schnell genauso wie diese hier die bulldog das ist ein besseres car ne das ist einfach amazing und ich wurde gefesselt weil ich Nooblord bin Nooblord Nooblord Tagmon ist Nooblord und zwar heiße ich PhubbsNotFound aber das ist der Witz daran das ist einfach der Witz daran ja weil PhubbsNotFound und so hmmmherzchen komm mal Oh, oh, so bin ich in den hier reingelaufen, wie ich in den hier reingelaufen bin. Wir haben hier einfach, ich laufe einfach in den hier rein und dann ballert mir an meinen Kopf. Einfach so ins Köpfchen reingeballert, so, pam, schön ins Köpfchen. Oh, la, 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 la. Fenster kaputt waren. Und so. Ja, cool. Millionen von Flashnades, Flashnades, Flashnades. Oh, ne, gehen wir campen dort wieder mal. Ah, diese Map. Ich bin der einzige Menschen, die die Map nicht mag. Die Map ist scheiße. Unwitz. Wäre egal, das Gameplay, schön und gut, aber die Map, ne. Okay. Next can find. Das war's. Woop 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 Aaaaah R63 Ne, R93 Und er kämmt auch immer Und er kämmt noch immer Noob Lord Mit 12 zu 5 Was für Noob Wie er kämmt So, die nächste Map ist viel schöner, da brauche ich keine Dicke Hör, die ist immer gut Die ist immer gut Hör, die ist immer gut Und sieh immer gut Die ist immer gut Klar Klar Ich komm wieder nicht rein, nein Die Kameras sind getroffen! von allen seiten von allen seiten von allen fucking seiten vohr boah na na ja kommt schon alle auf mich alle auf mich 20 zu 10 und da kam wieder der Speedy der Speedy kam wieder an mit seiner Trayv und schießt mit der MP443 oh man kann schweren Lauf benutzen, frage ich mich ich bin Sanitärter, bring dich wieder auf den Freien schnapp dir die Medizin scheiße, ich renge fest messer, motherfucker schneller hallo, fahre ich da runter? nein, ich fahre natürlich nicht runter, wenn ich das möchte ich bleib da hängen, das ist logisch und dann funktioniert der ganze, ich springe runter und mache so einen coolen Move und besorge mit Rumpelkiss, nein, das geht nicht, nein ist doch doof alles Käse fuh fuh schreit Das ist dein Schmiedszentrum. Das ist dein Schmiedszentrum. Ich sehe, ich sehe sie. Das ist mein Schmiedszentrum. Ich habe das Schmiedszentrum. Ja, ja, klar, ne, ja, f*** dich, ey, dreckstleckende Basta, oder was da, wo man das grad war, was ist denn da los, scheiße, nein, 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 der NETSCOUT will man ihn ja nicht, das war ein Direkttreffer aus einer Diegel, und nicht nur einer, scheiße, bä, o, instead, 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 and he is so lustig mit seinem Avatar, so lustig. Was? Was? Den haben wir noch gemessert und jetzt wurde ich die dicke. Weil die anderen Nobsen da hinten rumgehen. Die haben keinen Bock auf so einen Scheiß. Wie traurig. Gott. 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 Der Flame auf die Diegel. Weil auf Diegel Flames total gut ist. 0 auf 2 Jungs, holen wir sie uns. Noch mehr. Komm schon. Fünf Leute. Fünf fucking Leute überall, oder? Mindestens fünf. Sind die Teilchen da drückem Wald lottery? Sind die Strähungen? Oh nicht. Ich werde ganz favorites mal zusammen sein. Da іstmach. Bis für nächsten Mal. Vielen Dank.